Nicht alle Frauen, die Myomen haben, haben automatisch Beschwerden. Circa 20% aller Frauen mit Myomen haben Probleme damit. Die häufigsten Probleme sind vor allen Dingen eine sehr starke Periodenblutung, teilweise auch eine schmerzhafte Periodenblutung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Es kann zu Druckbeschwerden der Myome, zum Beispiel auf die Blase oder auf den Darm kommen, was dann mit Blasenentleerungsstörungen oder mit Darmentleerungsstörungen einhergehen kann. Und es kann auch zu einer verminderten Fertilität, also einer verminderten Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden oder eine Schwangerschaft auszutragen, einherkommen.